Du musst jetzt darauf aufpassen. Du schaffst das. Versteck dich! Versprich mir, dass du nach Schlussburg ergehst. Oh! Oh! Hey! Es geht los, Julius! Spuk die Huibu? Sie ist deine Hexe. Ich bin Ophelia. Seine nicht. Huibu ist dein Onkel? Wir mussten fliehen vor der bösen Erla. Gib es mir. Aber sie hat Mama entführt. Was will sie von deiner Mutter? Das ist das Necronomikron! Das bunte Zauberbuch? Schauderhafter als jede Kreatur im Dies und Jenseits. Ist das nicht super gruselig? Sie wird alles tun, um es zurückzubekommen. Nicht sie los. Das heißt, ihr helft mir? Wir werden sie retten. Au! Die Knusperhexer. Sie wird uns messen und dann in ihren Ofen stecken. Entspann dich, du Kochvogel. Nur gemeinsam können wir Erla besiegen. Ups! Das ist ja... Unglaublich. Rässlich. Niemand entführt ungestraft die Schwester meines Schlossgespenntes. Hexen! 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 Was mach ich nur? Hilfe! Huibu! Wie war ich? Wie war der Untergang von den Titeln? Schnell! Steig auf! Huibu! Hey! Ich wette auf die kleine Mädchen. Ja. Das hat Spaß gemacht.